Jungs vs Mädchen Wenn man gefragt wird, was man mal werden will Wie die Mädchen reagieren Also Marie, wie alt bist du? Ich bin 14 Okay, und was willst du mal werden? Also ich möchte später Lehrerin werden Nein, willst du nicht Wie die Jungs reagieren Also Tim, wie alt bist du? Ähm, ich bin 14 Okay, und was willst du mal werden? 15